Hallo zusammen, was macht die Vorbereitung auf das Hörverstehen effektiv? Definitiv haben Sie schon mit vielen Mustertests gearbeitet, aber Sie fühlen, dass es nicht so sehr hilft oder geholfen hat. Dann kann ich Ihnen noch eine Vorbereitungsstrategie vorschlagen. Die folgenden Schritte werden Ihre Vorbereitung sicherlich ergänzen. Erstmal benötigen wir einen Hörtext. Die Arbeit am Hörverstehen verläuft folgendermaßen. Wir machen ein Diktat. Wir hören uns den Text an und versuchen so viele Informationen zu notieren wie möglich. Ja, zuerst wird es kompliziert. Da sollten Sie sich nicht enttäuschen. Setzen Sie ruhig die Arbeit fort. Vergessen Sie nicht, dass bei den Notizen die Nomen die Hauptrolle spielen. Die Nomen sind am wichtigsten. Dann kommen die Verben und schließlich die Adjektive. Natürlich werden Sie einige Informationen verpassen. Das macht nichts. Streben Sie einfach danach, so viel wie möglich zu notieren. Benutzen Sie Abkürzungen und Symbole, um Zeit zu gewinnen. Zum Beispiel bei Maßeinheiten. Kilogramm, Million, Meter, Kilometer, Quadratmeter und so weiter. Konventionelle Abkürzungen sind und, für, mit, unter Umständen und so weiter, etc. Zum Beispiel eventuell, gegebenenfalls. Das heißt, circa, vor allem, zum Teil, unter anderem. Verwenden Sie auch eigene Abkürzungen. Achten Sie auf textstrukturierende Elemente, wie Konnektoren, weil, wenn, aufgrund, infolgedessen, etc. Lexikalische Mittel. Zunächst, erstens, im folgenden, zum Schluss, und so weiter. Nutzen Sie auch Pronomen und achten Sie darauf. Signalwörter sind auch von Bedeutung. Diese sind die folgenden. Oft, manchmal, nie, niemand, alle, immer, jeder und auch Superlative-Formen, wie am meisten, am wichtigsten, am besten, usw. Solche Signalwörter können die Bedeutung des Satzes und somit auch die Rezeption des Inhaltes komplett verändern. Nächster Schritt ist, die Notizen zu verstehen und zu versuchen, den Inhalt des Hörtextes schriftlich wiederzugeben. Mit so vielen Einzelheiten wie möglich. Eine Menge Arbeit, ich weiß. Aber Sie möchten doch den Test-Duff vom ersten Versuch bestehen. Man muss sich dann ein wenig mehr Mühe geben, als nur Modelltests zu lösen. Also Sie verfassen einen Text mit den gehörten Informationen. Selbstverständlich werden Sie auch Wörter treffen, die Bedeutung deren nicht komplett klar sein kann. Versuchen Sie aber die Bedeutung dem Kontext zu entnehmen und zu paraphrasieren. Sobald Sie den Text verfasst haben, können Sie zu dem nächsten Schritt rüber gehen. Schritt 3 ist die geschriebene Version des Hörtextes. Ja, Sie brauchen auch diese. Eine Menge vertonter Texte können Sie auf der Webseite Deutscher Welle finden. Uns liegt heute der Text über die Umwelt vor. Ein übliches Thema beim Test-Duff. Seien Sie sich auch sicher, dass Sie daran arbeiten und Ihren Wortschatz erweitern. Was machen wir mit diesem Text? Wir lesen durch, vergleichen mit unserer Fassung und schreiben die unbekannten Wörter aus. Wenn Sie das geschafft haben, lernen Sie die Wörter und schreiben Sie Ihre eigene Version so um, dass die neue Version unbedingt alle neuen Wörter enthält. Und ja, Sie haben hier wieder eine aufwendige Arbeit. Dafür haben Sie noch aber Zeit. Die Prüfung ist doch erst im Februar. Und schließlich der letzte Schritt. Stellen Sie zu der neuen Version Fragen, und zwar so, dass diese Fragen unbedingt die neuen Wörter einbeziehen. Oder alternativ, dass die Antworten auf diese Fragen das Verständnis der neuen Wörter verlangen. Schließlich sind alle Aufgaben im Hörverstehen Test-Duff so konzipiert, dass Sie Ihren Wortschatz überprüfen, und wir üben hier gezielt die unbekannten Wörter, so sind wir auf das Hörverstehen perfekt vorbereitet. Ich wiederhole noch einmal die Schritte. Nr. 1. Hören Sie den Text und machen Sie so viele Notizen wie möglich. Nr. 2. Geben Sie den Inhalt des Hörtextes schriftlich wieder, benutzen Sie dabei Ihre Notizen. Nr. 3. Arbeiten Sie mit der schriftlichen Version des Hörtextes und schreiben Sie die unbekannten Wörter aus. Schreiben Sie anschließend den Text neu. Benutzen Sie dabei unbedingt die neuen Wörter. Und Nr. 4. Stellen Sie die Fragen zum Inhalt des Hörtextes. Seien Sie sicher, dass Sie auch die Fragen zu den neuen Wörtern stellen. Sie ziehen bestimmt durch. Bis bald. Und Nr. 4. Stellen Sie die Fragen zum Inhalt des Hörtextes. 1.